Musik Herzlich willkommen und Glück auf, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Ausgabe von Glück auf Kompakt. Ihrem Fernsehzuschauer-Service mit Tipps und Informationen für Ihre Freizeitgestaltung in der nächsten Zeit. Die erste Ferienwoche der sächsischen Sommerferien ist schon wieder rum. Viele genießen ihren wohlverdienten Urlaub außerhalb unseres Sendegebietes. Und für die Daheimgebliebenen und natürlich auch für die Gäste hier im Erzgebirge haben wir einige ausgewählte Empfehlungen für Sie zusammengestellt. Kein Wochenende ohne Feste und Feiern. In Vogtsdorf wird in diesem Jahr wieder der Vogel abgeschossen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Zum bereits 45. Mal wird im Dorf vom 21. bis 23. Juli gefeiert. Los geht es am Freitag, dem 22. Juli um 19 Uhr mit einem Fackelumzug ab Alte Mühle, der anschließenden Festeröffnung und Blasmusik mit der Musikkapelle Bühler Zell. Ab 22 Uhr legt dann DJ Maria zur Disconacht auf. Der Sonnabend 22. Juli steht im Zeichen der Familie. Um 15 Uhr beginnt der Familiennachmittag bei Kaffee und Kuchen sowie einem Kessel Buntes. Ab 20 Uhr wird zum Party-Tanzabend mit dem Duo Heartbeats und Show-Einlagen eingeladen. Und am Sonntag, dem 23. Juli, werden die Vogtsdorfer schon um 5 Uhr geweckt und haben dann Zeit, sich für den 10 Uhr beginnenden Frühschoppen mit dem Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Vogtsdorf vorzubereiten. 13.07 Uhr startet dann der Festumzug ab dem Oberdorf unter dem Motto »O Arzgebirg, wie bist du Ski« zum Festplatz. Um 14 Uhr spielt das Feuerwehrblasorchester Wilstruf im Festzelt. Und ab 16 Uhr wird dann der neue Schützenkönig ermittelt. Mit dem Schützenball um 19 Uhr, den Kathleen und Thorsten musikalisch gestalten, klingt das 45. Vogelschießen in Vogtsdorf dann aus. Bitte beachten Sie die Plakettenpflicht bei allen Veranstaltungen. Der Verkauf der Plaketten erfolgt vor Ort. Jetzt empfehle ich Ihnen volle Energie in der Kirche. 70 begeisterte Kinder auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Am Freitag, dem 21. Juli, ist um 19 Uhr das Adonia-Musical »David wird König« live und in Farbe in der Lengefelder Kirche zu erleben. Als junger Mann erhielt David vom Propheten Samuel die Zusage, zukünftiger König von Israel zu werden. Alles scheint nach Plan zu laufen. David ist beim Volk beliebt. Er ist der beste Freund von Prinz Jonathan und heiratet Prinzessin Michal. Doch der amtierende König Saul kann ihm die Erfolge nicht gönnen. Von Eifersucht geplagt, empfindet Saul bald nur noch Hass und will David aus dem Weg räumen. Die Verfolgungsjagd beginnt. Sie erleben ein packendes Adonia-Musical über Freundschaft, Treue und Gottvertrauen. Der Eintritt ist frei. Es wird dafür um Spenden gebeten. Einlass ist eine Stunde vor Beginn. Liebe Zuschauer, wir bleiben der Musik treu, wechseln nur den Veranstaltungsort. Am Samstag, dem 22. Juli, beginnt um 20 Uhr das nächste Terrassenkonzert in der Baldorf-Villa Marienberg. Songs of Love and Hate ist ein Studioalbum des kanadischen Musikers und Schriftstellers Leonard Cohen aus dem Jahr 1971. Da sich dieses Thema aber wie ein roter Faden durch beinahe alle seine Werke zieht, wurde es zum Titel der ersten gemeinsamen Produktion des Ludwigsburger Leonard-Kohn-Projects. Die Musiker Manuel Dempfle Gitarre und Gesang, Jürgen Gutmann Gitarre und Gesang und Thomas Schmolz Gitarre spielen vor allem die frühen Lieder, die noch ohne große orchestrale Begleitung maßgeblich von der markanten Stimme und Gitarrenbegleitung Cohens geprägt sind. Und ganz gleich, ob man ein Fan von Leonard Cohen ist oder nicht. Ein Konzert des Leonard-Kohn-Projects ist bestens Entertainment und von Hand gemacht. Denn die drei Musiker spielen ohne technische Manipulationen. Karten erhalten Sie in der Baldauf-Villa vor Ort zu den Öffnungszeiten oder per Telefon unter 03735-22045. Liebe Zuschauer, das derzeitige Sommerwetter lädt ja eher zu Aktivitäten im Freien ein. Erlaubt ist aber auch mal ein Besuch im Kino. Und auf welche Highlights Sie sich in der aktuellen Woche und in diesem Sommer im Freiberger Kinopolis freuen können, das erfahren Sie jetzt. In der aktuellen Kinowoche empfehlen wir, neu auf dem Spielplan, Mission Impossible – Dead Reconning Teil 1. In diesem Film starten Ethan Hunt und sein IMF-Team ihre bisher gefährlichste Mission. Sie sollen eine furchterregende neuartige Waffe, die die gesamte Menschheit bedroht, aufspüren, bevor sie in die falschen Hände gerät. Während die Zukunft und das Schicksal der Welt auf dem Spiel stehen und die dunklen Mächte aus Eathans Vergangenheit ihn wieder einzuholen drohen, beginnt ein tödlicher Wettlauf um den gesamten Globus. Konfrontiert mit einem mysteriösen, allmächtigen Feind muss Ethan erkennen, dass nichts wichtiger sein kann als seine Mission. Nicht einmal das Leben derer, die ihm am meisten am Herzen liegen. Im Ladykino wird der Film Barbie gezeigt. Im Barbie-Land ist alles an seinem Platz. Die Frisur sitzt, die Kleidung und jedes Accessoire passen zueinander. Kurz, es ist eine perfekte Welt, zumindest äußerlich. Wer hier leben will, muss sich nämlich ausnahmslos an die aufgestellten Normen halten. Hausherrin ist die blonde Barbie, an ihrer Seite wie immer der platinblonde Schönling Ken. Als Barbie sich für den Geschmack der Gemeinde jedoch viel zu exzentrisch verhält, wird sie gnadenlos aus Barbie-Land verbannt. Sie landet daraufhin in der realen Welt und entdeckt, dass es dort noch viele andere Abenteuer zu erleben gibt. Sie erkennt dadurch aber auch, was echte Perfektion bedeutet und dass diese nicht einfach am Aussehen festgemacht werden kann. Also kehrt sie nach Barbie-Land zurück und möchte ihre Freunde dort an ihren neu gewonnenen Erkenntnissen teilhaben lassen und deren Horizont erweitern. Im Rahmen der Kino 5 Reihe sehen sie die Nachbarn von oben. Nach 20 gemeinsamen Jahren der Ehe ist es im Schlafzimmer von Anna und Thomas ziemlich ruhig geworden. Wie ruhig genau reiben ihnen die Nachbarn regelmäßig unter die Nase. Denn die bringen mit ihrem wilden Liebesspiel immer und immer wieder die Wände des Paares zum Wackeln. Das macht erholsamen Schlaf zur Ausnahme und verkürzt die Zündschnur der beiden enorm. Also wird mehr lauthals gestritten, als im ruhigen Gespräch die Problemlage erörtert. Und nicht gerade unkomplizierter wird die Lage, als Anna und Thomas von den Nachbarn ein freizügiges Angebot vorgelegt wird, von dem offenbar die Zukunft der Beziehung der beiden abhängt. Im Kino-Special sind Hogwarts Wochen zu sehen. In dieser Kinowoche ist Harry Potter 2 und die Kammer des Schreckens zu sehen. Am Ende des ersten Schuljahres stand Harry dem bösen Lord Voldemort gegenüber und hat es knapp geschafft, mit dem Leben davonzukommen. Nun, vor Beginn des zweiten Schuljahres, bekommt er schon Probleme, bevor es für ihn nach Hogwarts zurückgeht. Denn jemand versucht hartnäckig, ihn von der Zauberschule fernzuhalten. Den Grund, dieses Jahr lauern neue Gefahren in Hogwarts. Jemand hat die Kammer des Schreckens geöffnet und ein mysteriöses Monster greift Schüler an. Harry versucht mit seinen Freunden Ron und Hermain, den Geschehnissen auf den Grund zu gehen. Wer von den kleinen Gästen zum ersten Kinobesuch ins Kinopolis kommt, für den oder diejenigen ist der Film Ritter Rost, eisenhart und vollverbeult, empfehlenswert. Der naive Ritter Rost hat seinen Traum erfüllt und das Turnier gegen den schnöseligen Prinz Protz gewonnen. Dass er dafür das wertvollste Familienerbstück seines Burgfräuleins Bö versetzt und gegen Diebesgut tauscht, nimmt er billigend in Kauf. Prompt fliegt sein Schwindel auf und der König entzieht ihm Ritterlizenz und Prachtburg. Obdachlos wandert er mit Pferdfeuerstuhl und Minitrache Koks umher, während Bö, die ihm enttäuscht den Rücken gekehrt hat, in den Gemächern von Prinz Protz gefangen gehalten wird, der sich im Handstreich zum König putscht. Die Sommerferien haben begonnen, als Alternative zum Schwimmbad und anderen Ferienaktivitäten hat das Kinopolis Freiberg auch in diesem Jahr wieder ein tolles Filmpaket für das alljährliche Sommerferienkino. Seit dem 10. Juli und noch bis 14. August geschnürt. Jeden Montag um 10 Uhr können alle Kids in vollklimatisierten Kinosälen spannende und lustige Abenteuer auf der Kinoleinwand erleben. Und dies zu dem Sommersferien-Special-Preis von 3,50 Euro. Und da das Sommerferienkino auch bei Hortgruppen und anderen Kinderferieneinrichtungen sehr beliebt ist, sollte jeder seine Karten schon bald unter www.kinopolis.de oder an den Kinokassen kaufen. Denn dies ist für das komplette Programm möglich. Nähere Informationen und das gesamte Programm findet ihr im Internet unter www.kinopolis.de Im Rahmen des Ferienkino läuft in dieser Woche der Streifen Maurice der Kater Viele Städte leiden unter dem immer gleichen Problem. Ratten. Überall sind Ratten. Sie verstecken sich überall, tanzen auf den Tischplatten oder klauen dem Konditor die Torten direkt unter seinen Augen. Die Lösung scheint so simpel wie genial. Ein Rattenfänger ist nötig, um den Nagetieren den Garaus zu machen. Da tritt die Straßenkatze Maurice auf den Plan, der schon die perfekte Masche ausgearbeitet hat, um sich mit der Not der Menschen eine goldene Nase zu verdienen. Mit dem einfältigen Menschenjungen und praktischerweise auch Flötenspieler Kate und einer bunten Truppe gewiefter Ratten zieht er von nun an durch die Dörfer, um den Bewohnern mit dem Versprechen, sie von der Rattenplage zu befreien, das Geld aus der Tasche zu ziehen. Kurz nachdem sie in Bad Blinz ankommen, stellen sie jedoch fest, dass ihr Plan hier nicht aufgehen wird. Denn in den Kellern der Stadt wartet etwas sehr viel Düsteres auf sie. Aber Maurice ist auch diesem Abenteuer gewappnet. Dieser Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Terry Bradshett. Seit 2009 locken die Freiberger Sommernächte jährlich tausende Besucher in die historische Kulisse des Schlosses Freudenstein. Von Anfang an mit dabei das Kinopolis Freiberg mit den Filmnächten. Und auch im 14. Jahr wird das Freiberger Kino mit 20 ganz verschiedenen Filmen ein vielfältiges Programm für Jung und Alt präsentieren. Am Donnerstag, dem 20. Juli, wird um 21.30 Uhr der Film Ein Mann namens Otto gezeigt. Am Samstag, dem 22. Juli, beginnt um 10.30 Uhr der Film Wiki und die starken Männer das magische Schwert. Und am Sonntag, dem 23. Juli, sind sie um 21.30 Uhr zu Greatest Days eingeladen. Das komplette Programm mit weiteren Informationen zu den einzelnen Filmen finden Sie im Internet unter www.kinopolis.de slash fr. Gute Unterhaltung im Kinopolis Freiberg. Nun habe ich noch einen Hinweis in eigener Sache für Sie. Viele Zuschauer bereichern unser Programm, indem sie uns schöne Aufnahmen oder kurze Videos von ihren Ausflügen und Erlebnissen aus der Region zukommen lassen. Und das können Sie natürlich auch gern weiterhin tun, denn wir freuen uns immer auf Ihre Momente, festgehalten auf Bildern oder in Videos, die wir dann als Bilder des Tages oder Bilder der Woche in unseren Sendungen beziehungsweise der Bildschirmzeitung zeigen. Mailen oder senden Sie uns per WhatsApp Ihre Eindrücke in der höchsten Auflösung und im fernsehtauglichen Querformat, denn quer sieht man mehr, an die hier eingeblendete Mailadresse beziehungsweise Telefonnummer. Und damit sind wir schon am Ende von Glück auf Kompakt für diese Woche angekommen, liebe Zuschauer. Falls Sie später eingeschaltet haben, dann ist das kein Problem. Unsere Sendung läuft mehrmals täglich hier im Programm bei Glück auf TV. Und im Internet unter www.glückauf.tv finden Sie in unserer Mediathek sowohl unseren Livestream als auch einzelne Sendungen und Beiträge rund um die Uhr zum individuellen Anschauen. Selbiges finden Sie auch auf unseren YouTube-Kanälen unter Glück auf TV. Und wenn auch Ihr Angebot, Ihre Veranstaltung oder Ihre Einrichtung in unserer Sendung Erwähnung finden soll, dann melden Sie sich einfach bei uns. Die Redaktion erreichen Sie am besten per E-Mail unter kompakt-at-glück-auf.tv Telefonisch sind wir natürlich auch erreichbar unter 03735 266 270. Der Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe von Glück auf Kompakt ist Mittwoch, der 19. Juli 2023, 12 Uhr. Ich verabschiede mich für heute von Ihnen und sende besondere Grüße der Woche nach Niederseida. Kommen Sie gut durch die Zeit und haben Sie immer viel Freude bei allem, was Sie tun. Bleiben Sie gesund und Glück auf bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017